So, wie versprochen, hier ist jetzt Metal of Honor. Ich weiß nicht, wie viel ich heute hochlade, aber ich hoffe mal drei Videos. Dürfte hinhauen. Ja, da in letzter Zeit so wenig Videos gekommen sind, werde ich heute mal versuchen, drei hochzuladen. Viel zu arbeiten. So. Jupp. Ja, machen wir mal Mittel. So. Ihr Seals seid doch verrückt. Das war's. Mir nach, Rabbit. Okay, alles klar? Los, los, los! RPG! Die! 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 Schreie Schreie Halt, noch mal, Mother. Wo kann das her? Wir haben eine Zeit im Jemen abgefangen. Diese Hochzeit macht seit Monaten die Runde. Die Jungs sind abgelaufen, sie haben keine Rückflüge. Und sie benutzen ihre Handys nicht. Man weiß, wo die Kerle jetzt sind. Die Hochzeit ist was anderes. Sie wird stattfinden. Und hier bricht dem Pink Apple ein herrlicher Tag. Wir unterbrechen unsere Sendung und schalten gleich nach... Wir haben sie es. Wir sagen, es war ein Unfall. Das ist koordiniert. Es können verschiedene Gruppen verantwortlich sein, aber ich denke, vieles spricht für alle Keine. Ich auch so. Wir müssen der Sache nachgehen. Bilden Sie Teams und kommen Sie in Frage. Die Team sind informiert. Bolo, Pree, John, Rabbits sind unterwegs. Was will Dasti und Du es freuen? Und Luftüberwachung waren unsere ersten Luftangriffe erfolgreich. Aber das wird trotzdem kein Spaziergang. Es gibt verstärkte Aktivitäten im Osten an der pakistanischen Grenze. Wir haben einige ATVTs in der Region, vor allem in den Vorbereichen. Deshalb sind wir hier. Gehen wir auf die Jagd. Himmel, Rabbits, schalten Sie die Scheiße aus. Gleich wird es ungemütlich. Alles klar bei euch da hinten? Roger, alles bestens. Außer bei Rabbits und seinen greatest hits ist Indokush. Immer noch besser als der ständige Hip-Hop von Free Char. Vielleicht sollte ich ihn als erstes erschießen. Okay. Es geht los. Ist es ihr, junge Mother? Negativ. Tariq ist in einem Versteck in der Stadt. Das sind seine Jungs. Alles okay. Sie sagen uns, wo er ist. Roger. Passt aber trotzdem auf. Salamuna. Salam. Doe Pohigi, Chimung, Dalte Yu? Na, na. Taliban-dezaino Pashyak-Shambe-Ulan. Achat, achat. Das ist ein Kumi-Ger-Kon-Huni-Posti-Shadi. Na, everything cool hier, mein Mann. Zigarette? Na, manana. Bro. Bruder, ich habe Tariqs Position. Wir rücken aus. Enter. Es Wolf-Tag in Position. Positiv. Der Sinn von Gareth sieht ruhig aus. Sind Sie bei Tariq? Noch nicht. Bringen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Zerstanden. Zerstanden. Udo. Alles klar? Saus, aus, aus. Bewegung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, Wodo. Ja, der Typ war nur einen Schuss davon entfernt, den seinen zu verlieren. Mother, bleiben vier Wagenlängen hinter Ihnen. Der Typ hat gesagt, die Taliban sind am Sonntag abgehauen. Ja, Sie und alle anderen. Tja, behalte die Finger am Abzug. Wodo, schließen Sie auf. Hat Tarek die Dokumente. Langny scheint es zu glauben. Er weiß irgendwas, sonst bräuchte er nichts für Security. Nach links. Was zum Teufel. Wodo, wir haben Besuch. Wer zum Teufel sind die Typen? Dach, zwölf Uhr, ein Ziel. Elf Uhr, Fenster, zwei Ziele. Mother, I track the kid, those are pretty good. Verstanden. Ardol, was siehchen, Ardol, Allah, Atschuk. Tschetsche, scheiße. Geht doch, geht doch. Aha. Gehen, hallo, durch, wobei wir uns. Geht doch. Geht doch, geht doch. Geht doch, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Ja. Scheiße, vier, vier, sind Sie da? Rabbids los, wir müssen weiter. Rabbids, raus jetzt! Ja. Weg von dem Truck! Wie man sieht, es gibt Widerlenen. Haha, ich kann Widerlenen. Das ist schon mal besser als Modern Warfare. Das ist schon mal besser als Modern Warfare. Zwei. Augen auf. Hier sind wir des von Schützen. Rabbids, vorwärts! Mother, Voodoo, wie ist Ihr Status? Sind zehn Meter hinter der Absturzstelle. Zweites Deck. Kerl auf dem Dach. Wir müssen hier weg. Wenn wir von hier weiter feuern, können wir Ihnen unsere Position genauso gut aufzeichnen. Wir kommen zu Ihnen. So, weiter geht's. So. Ja, dann stelle ich mal nicht im Weg. Was ist das denn für eine KI? Der steht da immer noch. Oh, je. Oh, je. Was? So Das muss ich da mal gewesen sein Bingo Ihr, falls euch wundert Das ist die ungeschnittene Vision Die Peggy Vision Fertig Was gibt's da bisher zu erzählen Ja, ich hab das Spiel schon einmal durchgespielt Falls das noch einer durchgespielt hat Kann er mir mal gerne sagen, wie er die Singleplayer-Kampagne findet in den Comments Also ich fand sie nicht ganz so schlecht Also von der Story her Aber die Länge ist ja wohl ein bisschen kurz Also ich fand sie sogar Etwas zu kurz Ziemlich ehrlich gesagt Das alle erst mal hat sich das in drei Stunden durch Und das geht einfach nicht Das ist einfach ein bisschen kurz Die Grafik ist mir ja nicht so wichtig Beispiel Aber Solange die Story gut ist Aber drei Stunden ist ein bisschen kurz Was ist das? Roger Hier Wir sind draußen Die Kasse raus Blau, blau Wind auf die Balkon Zweite Deck Bodo, Rabbit Feuer einstellen Ah So, hab ich den mischt Ja, aber ich find das echt klasse, dass es wieder Lehnen gibt. Haha, kann ich den ganzen Tag machen. Also wirklich. Das hat dir einen gefehlt. Gerade rein! Hör sie! Nicht raus! Gute Nacht! Funkstille, mach dich gräbe! Hier entlang! Uiuiuiui! Sooo. Äh, Schicht, voll daneben. Boah, nicht schon wieder, ey. Sag mal, musst du mir beständig im Weg stehen? Also, die KI braucht dringend einen Patch. Dazu können dir auch mal die, die ja schon gespielt haben, was sagen. Das würde mich mal interessieren. Wie eure Meinung dazu ist. Na, kurz mal einen kleinen Schnitt. Aber es ist noch nicht mehr, wenn du das mal sehen, dass du da bist. Und da ist das mal, wie ich mit dir, wenn du seitdem.